Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir. Ich verteile heute Liebe und schicke ein Lächeln raus in die Welt. Einfach mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir. Willkommen bei deinem vierten Adventskalendertürchen. Ich hoffe, du hattest auch mit den anderen dreien schon ganz viel Freude. Und heute geht es darum, dass ich dir sagen möchte, ja, du kannst, egal worum es in deinem Leben gerade geht, wo du vielleicht zweifelst, wo du zögerst, wo du unsicher bist, wo du irgendwie auf ein Zeichen wartest, welchen Weg du einschlagen sollst, das Zeichen ist jetzt da. Also geh los, triff deine Entscheidung. Diese Entscheidung müsste nicht für immer sein. Es ist die Entscheidung, die du jetzt triffst, die jetzt richtig ist. Und ja, du kannst das. Ja, es geht, auch wenn du denkst, es geht nicht. Also geh los, geh für dich los, geh für dein Leben los und fang an. Fühl dich von Herzen umarmt. Deine Simone. Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir. Ich verteile heute Liebe und schicke ein Lächeln raus in die Welt. Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu mir. Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu mir. Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu mir.